Muss die Gaspreisbremse versteuert werden? Im Dezember ging die Gaspreisbremse ja noch durch Bundestag und Bundesrat. Nochmal kurz zusammengefasst, die Gas- und Strompreise sind stark gestiegen und um die Endverbraucher zu entlasten, hat die Bundesregierung eine Preisbremse beschlossen. Der Gas- und der Strompreis ist auf einen fixen Betrag je Kilowattstunde gedeckelt. Die Preisbremse greift zwar ab 1. Januar 2023, aber da sie sehr kurzfristig kam, erhalten sie erst im März die Limitierung. Im März werden dann aber auch die Monate Januar und Februar verrechnet. Auf die Details der Preisbremse werde ich in diesem Video nicht eingehen, denn dazu habe ich bereits ein eigenes Video produziert. Schauen Sie sich dieses gerne an. Was ist mit denen, die mit Ölpellets oder Holz heizen? Auch hierzu habe ich bereits ein Video produziert. Es soll ein Härtefallfonds aufgelegt werden. Neue Details gibt es derzeit aber nicht. Sobald es Neuigkeiten gibt, berichte ich Ihnen natürlich darüber. Okay, die Gas- und Strompreisbremse kommt, aber muss der Vorteil, den ich dadurch gegebenenfalls erhalte, versteuert werden? Bei den Energiepreispauschalen, diese 300 Euro, die es letztes Jahr gab, war bzw. ist das ja so. Die 300 Euro wurden entweder brutto ausgezahlt und müssen in der Steuererklärung angegeben werden. Oder sie wurden vom Arbeitgeber ausgezahlt. Der musste dann direkt Lohnsteuer einbehalten und an das Finanzamt abführen. Wie ist es nun aber bei der Gas- und Strompreisbremse? Kurz und knapp. Sie dachten doch nicht wirklich, dass der Staat es Ihnen einfach macht. Auch die Gas- und Strompreisbremse erhält jeder, egal ob arm und bedürftig oder reich und nicht bedürftig. Die Regierung meint, es wird dann gerechter, wenn man einfach sagt, sie ist steuerpflichtig. Einen kleinen Trost kann ich Ihnen liefern. Viele wird die Steuerpflicht nicht treffen. Die Regierung hat mal wieder ein Bürokratiemonster geschaffen. Wenn Sie nachlesen wollen, die Besteuerung der Gas- und Strompreisbremse finden Sie im Einkommensteuergesetz in den Paragraphen 123 fortfolgende. Warum wird es viele von Ihnen im Ergebnis nicht belasten? Nun, die Steuer greift erst bei Beginn der Minderungszone und diese startet bei einem zuversteuerenden Einkommen von 66.915 Euro bei Ledigen, bei Verheirateten, die zusammen veranlagt werden, das Doppelte. Und auch da beginnt die Minderungszone, bedeutet, es wird nicht gleich die volle Entlastung durch die Gas- und Strompreisbremse versteuert. Vielmehr steigt der zuversteuernde Betrag stufenweise mit dem zuversteuernden Einkommen. Daher grundsätzlich steuerpflichtig. Ja, aber erst ab einem zuversteuernden Einkommen von 66.915 Euro bei Ledigen und dann auch nicht sofort voll. Und warum Bürokratiemonster? Nun recht einfach, machen wir das mal am Strompreis fest. Grob, Deckelung auf 40 Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent Ihres Referenzverbrauchs. Nun hat jemand einen Anbieter, der verlangt ab Januar 37 Cent, der andere 43 Cent, ein ganz anderer 56 Cent. Wer meldet die Daten denn? Erhalten Sie von Ihrem Versorger dann eine Bescheinigung, wie viel Ersparnis Sie in 2023 hatten? Wird das vom Versorger ans Finanzamt gemeldet? Dann müssten Sie Ihrem Versorger ja mindestens Ihre Steuer-ID mitteilen. Was ist, wenn Sie Ihren Versorger unterjährig wechseln? Sie sehen, es gibt noch sehr viele ungeklärte Fragen. Langweilig wird es 2023 sicherlich nicht. Nehmen Sie aus diesem Video bitte mit, dass die Gas- und Strompreisbremse oder vielmehr die Entlastungen, die Sie dadurch erhalten, zwar steuerpflichtig ist, aber aufgrund der Einführung der Minderungszone bei Ledigen erst bei einem zuversteuernden Einkommen von 66.915 Euro und bei Verheirateten bei einem zuversteuernden Einkommen von 133.830 Euro relevant wird. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.